Untertitelung des ZDF, 2020 Ich sehe noch ihre Gesichter. Was ist passiert? Ich muss wieder nach Hause finden. Wie lange warst du im Zug? Ein paar Tage. Ein paar Tage. Ein Leben reicht nicht, um alle Bahnhöfe Indiens abzusuchen. Hallo! Hast du die geringste Ahnung, wie das ist, wenn Tag für Tag mein richtiger Bruder meinen Namen ruft? Zeru! 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 Wie war sie so? Wunderschön. Jede Nacht stelle ich mir vor, wie ich durch die Straßen nach Hause gehe. Und jeder einzelne Schritt mir vertraut ist. Ich flüstere ihr ins Ohr. Ich bin da. Ich bin da.